Na? Oh, Pumpe. Was ist eigentlich aus der Kleinen geworden? Welche? Die von der Rennbahn oder was? Gibt es noch mehrere? Leute, ich brauche Geld. Tun wir alle. Aber ich brauche es für ein Rennen. Ach, Ben. Schau doch die Leute an, die bei Mike Schulden haben. Das sind alles Versager. Das ist ja bei mir was ganz anderes, oder? Hör auf, dich selbst zu verarschen, ja. Ketektor, du bist der Einzige, den ich kenne. Ich hab sonst niemanden. Lass mich doch nicht hier so betteln. Das ist deine Sache. Weißt du, du könntest ja was von Mike Leiden. Dir gibt er was hundertprozentig, das schwöre ich dir. Und wenn die Sache Schiff läuft und du verlierst, was? Was dann? Ich werde nicht verlieren.